warte kurz leute gleich gibt es action gespeichert welches spiel ist das spiel heißt wildhearts und es geht gleich weiter muss noch was öffnen das war's perfekt das sollte helfen kann ich hier ein zelt bauen ja ich kann hier ein zelt bauen danke für das leiden leute in das das heißt das spiel heißt wildlands das spiel heißt wild heart sorry ich bin halt kannst verwirrt schon ja das gibt es auch im playstation für ps5 gibt es auch crossplay man kann mit allen konsolen und pc zusammenspielen noch ein versuch e e q e e q oh nein der hat es zerstört scheiße wenn er reduziert ist wird es nicht mies gegönnt er ist gerade reduziert sogar aber zumindest auf pc ich weiß nicht ob es auf playstation ist aber ich glaube auch wo ich letztens geschah so also ein fp ist für pflicht echt ok ja dann mit dem angebot ist auf jeden fall gönnen wir macht auf jeden Fall Bock 80 euro ja ich habe es mir also im angebot die deluxe version sogar für 55 euro geholt normalerweise kostet die auch für c auch 80 glaube ich ja das war noch einmal ja ja der mir das nicht an mach auf bro oh ja einer ist beigetreten ist das mäßig monster unter oder mit welchem spiel kommt ja genau das ist so wie monster hunter e e q e e q nur hier kann man halt noch bauen weißt du so wie du grad gesehen hast kann man noch sachen bauen und dann mit den monstern auch Schaden aushalten oder halt heilen kann man sich damit auch oder so jagdarm let's go es ist verletzt es ist verletzt es ist verletzt es ist verletzt nochmal nochmal immer auf mich was soll das jetzt mal zum Beispiel eine Harpone und man geschießt auf den zack ein wenig unterstütze dein ende ist gekommen auch scheiße er haut schon ab läufst du etwa weg noch was getroppt ja wie neu sehr gut ganz hoch irgendwann machen wir weiter ich bin hier um zu helfen es scheint wirklich wütend zu sein oh man oh man oh man Was ist das? E, E, Q, E, E, Q. Nice. Dann noch den Todesstoß. Dann noch den Todesstoß. wieso hat es automatisch mit gestartet ich glaube schon komisch auch deswegen und auch immer noch ich habe gar nichts gegessen abtum möchte ich ja auch mal legen wir los was haltet ihr Das können wir noch bauen. Ein Käfig. Und ein Bart. Oh, wir gehen eine Pläne muss hinein. Hey, Gunder ist wieder da. Danke für die 37 Gs, Bro. Hast du wieder gesammelt, oder? Bei anderen Streams. Vielen Dank. Vorhin hatten wir am Ende des Streams Ich hab da ein Foto gemacht sogar. Warte, ich zeig es dir gleich. Von den Likes her. Viel schon Fotos hier. Das war Rekord glaube ich, da hatten wir 12.600 Likes. Das ist so geil. Geh langsam aufwärts, echt so. Danke dir auf jeden Fall. Kinder. Genau, man will, das ist Whitehearts. Bei mir droppt einfach das Öl irgendwie nicht. Oh, strange. 1. Hm, vielleicht wieder Gigsatz. Ne, kann ich immer noch nicht bauen. Wir waren die Fangkuchen. Sehr gut. Habe ich mir gegönnt schon. Oh komm. Ich hab morgen sogar ne frei, dann könnte ich durchsuchen. Oh, noch ein bisschen haben wir ja. Da hab ich ja noch Zeit. Oh komm. Hey. Ey. Ey, ey, cool. Ey, ey, cool. Ey, ey, cool. Bau abgeschlossen. Boom. Vielleicht bist du jetzt ne Storytour. Ey, also ich hab ne Storytour durchgespielt so. Die Hauptstory. Aber das muss auch sein. Leider. Ja. Würde ich gerne anders mein Geld verdienen. Aber ne, mein Job passt eigentlich. Mach ich eigentlich gern. Es gibt natürlich noch Raumberufe, ne? E, E, Q, E, Q. Top. Ja, zum Beispiel. Wie mein Content Creator halt allgemein. Videos erstellen halt und so ist. Magi halt einfach so. Vielleicht wird's irgendwann. Mal gucken. Bin auf dem besten Weg würd ich mal sagen. Dankeschön für die Likes, Leute. Ja. Ja. Das ist das... Wichtigste würd ich sagen. Bankai, das ist... Waldharz. Vielleicht brauchen wir das noch. Kuss. Danke fürs Folgen, Bro. Nein, zum Beispiel. Ja. Nein. Das ist es einfach, oder? Das ist... alter oder spieler wollte ich sehen hier los und das game jetzt aussieht auf jeden fall kann ich empfehlen macht bock Ja, dann. Fuck. Ich gucke, ich gucke, ich gucke, ich gucke. der sitat doch ist immer da fast immer guter mann er lerkt halt gerne so aber ist auch okay lögen ist auch support löken leiten war das mächtige fehler gerade mit uns holen ja leicht ist es glaube ich zu laufen wer ist das spiel vladi das heißt wild hort ganz verrückt so für ich das sage und habe ich wo ein glänz ist es gibt es auch das gibt es tom klären sie ist wildlands hier das kann nicht ausregen das spiel tatsächlich hat er auch gezogen das war auch nicht schlecht egal also sehr viel geduld und wiederholst ja mache ich gerne ist halt auch gut so wenn schreiben die leute wenigstens finde ich da fliegt halt so was keiner und deswegen schreiben die halt auch weniger da so genau die leute auf jeden fall kommunikativ habe ich letztens so zehnmal gekillt naja ich schätze schon dass es was für ein algorithmus bringt dass seine stream halt gepusht wird sozusagen ich persönlich übrigens auch was in dem halt nicht mit den leuten reden kann sogar auf den algorithmus denke ich schon den halt likes halt kommentare und geschenke ich schätze ich jetzt mal genau und aufrufe aber blöder ist bei mir immer gut deswegen versuche ich jetzt immer aufrufe zu streamen solange ich halt kann wegen der arbeit aufrufe macht er denn e e q e e q let's go hune erstelle ich weiter meinen blöden fragen ach quatsch das ist kein blöden fragen nein so oft sagen musst du jetzt nicht extra irgendwas fragen oder so nur wenn du lust hast also auch lösen ist genauso gut also ich meine ich bin auch dankbar für einen lurk der haut schon ab aber ich würde eigentlich mal aufrufe abgrain und brauch das öl weg 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 auch abgeschlossen ja auch abgeschlossen ja 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 Fuck Haben wir auch im Kopf bekommen und down Dann geht er down Hi Hi Sammy Komm zurück Wieder kein Öl Na ja Das Spiel ist das ASD Waldharz Wilde Herzen Tü 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 und leuchtet denn da so wut erfüllt ist er wenn man trotzdem was haltet ihr davon da hinten ist der ja mal rein damit mit dem fragen auf den kühlschrank ist mein ventilator hört man das wohl auf tiktok die rausch in der dringung ist so graut und schlecht also halt von diesem studio leider nicht so gut wie man kann jetzt auch nicht ach so ob ich meinen kühlschrank anhabe ja dann gleich so ein kühlschrank hier noch meine sagen kaputt abgeschlossen das war ein ganz schlechter flachwitz bei kudo und abend läuft gut und bei dir ich weiß abgeschlossen vier tage frei also auch nice und mein letzter zweiter wir da durch durch akkern durch akkern ja wohl wir w wir es wirklich das wir 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 wirks ja auf pc ja genau auf pc verkauft sich auf pc aber manchmal auch auf crazy aber eher selten bau abgeschloss ja wohl kommen auch bei einem Das ist die beste. Das ist die beste. Das sind die Games auch billiger. Die günstiger. Wie ist das Game? Das Game hat Wildhearts. Heikson. Heiksonson. Heikson. Das ist die beste. Ach schön. Was ist das Ziel im Spiel? Oder hat das so eine richtige Story? Ja, die habe ich heute schon durchgespielt. Das Ziel im Spiel ist Monster zu jagen. Und dadurch bessere Ausrüstung sich zu craften. Ich brauche zum Beispiel ein Öl dauernd. Also halt ein Öl zum verbessern. Von meinem Katana. Ich kann keine Schmiede hier herbern. Warum? Deswegen. Ich jagen. Ist hier eine Schmiede? Ist auch keine Schmiede. Da ist eine Schmiede. Das ist halt wie Monster an der. Weil du das kennst. Da habe ich jetzt Öl bekommen. Nein. Vier von zehn. Das gibt es doch gar nicht. Wird man am besten das Öl her. Von einem Kemono Stamm. Das ist. Schmierig. Bogen ist wirklich krass. Wollen wir das Bogen spielen? Ja, habe ich schon. Aber noch nicht viel. Ich habe nur mal angetestet. Muss ich nur mal machen. Aber erst level ich meinen Katana zu Ende. Weißt du? Also. Probier ich aber auf jeden Fall um aus. So. Kriegt man dieses satirisches Öl her. Das droppt irgendwie keiner. Oh. Steht auch nicht dran, oder? Ne. Ich sehe das nirgends. Oh. Von einem. 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 keine ahnung hier wieder tschüss man sieht sich wieder freilich seh mir hau rein ein planer stroben soll vielleicht kapitel 4 er hat ja auch schon abend das sollte helfen kann verbessern was haltet ihr davon kapitel zelt let's go teleport Daniel das ist wild cards ganz unten das hier ganz oben ob das ganz unten ja da unten ist die performance auf pc nö gar nix bei mir nicht das ist nur ab und so ab das liegt wohl daran dass ich gleichzeitig zweimal streamer der plattform was haben sie schon behoben glaube ich diese performance einbußen auf pc aber ich hatte nie eine keine ahnung hab ich hab's noch nicht so lang und mir nix immer gut ich weiß ja den wolf mag ich nicht das kann losgehen alter halbes leben ob okay der monster drauf ja 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 Ich bin mein Schirm. Mann. Oh. Es scheint wirklich wütend zu sein. Ich bin soweit. Doch nicht so stark, hm? Wir sind in diesem geiler Art Main-Basis. Wo man immer noch kann, wenn man noch eine Aufmerksamkeit hat. Ja, es gibt die Stadt halt, genau. Da kannst du in die Stadt gehen, entweder ins Lager. Stimmt nicht. Gibt es ja. Sie ist ja gleich nach dem Kampf. Es hat Schaden genommen. Erbärmlich. 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 Bin ich. War die Kuhlifäden. War da Kuhlifäden. Oh, wow. es ist verwundbar vorbereitung abgeschlossen ein wenig unter dem hallo zerstört das es ist zerstört oh nein wir fehlen nur die fäden habe ich es noch an ihm fest ich habe es nicht genug läuft doch Oh, der Luftgewehr. Oh, der Luftgewehr. Was ist denn so schnell? Was? 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 Das wird helfen Macht er denn Ist gestorben Hä, wo sind die? Ich bin zu hoch Ja, ich war zu weit oben Scheiße Ups Also dieses Gebäude in der Mitte Das ist so bewirrend Könnt ihr den einfach killen? Ganz eh nicht Toten Wow, es wird sensiert Wenn man kill him Und reinschlappelt, wird sensiert Klar Ach, Sven Dann stecke ich halt ein paar Hühnchen rein Aber wurscht Ah, Keno Das ist Wild Hearts Wie weit bist du im Wild Hearts? Im Endgame Bin ich Wir haben gerade Materialien Na endlich Nie mal auf die Idee gekommen Und Loser Läuft doch. Haben wir jetzt Öl bekommen, haben wir nicht aufgefasst. Macht es Laune? Was? War das eine Frage, ob es Laune macht? Ich habe gerade geschrieben, du hast das Game durch, müsstest du doch dann wissen, ob es Laune macht. Oder ich verstehe deine Auffrage nicht. Just do it. Wo ist die Schmiede? Hier ist die Schmiede. Nein meine es so, dass echt richtige Laune macht das Spiel. Ach so. Dann hättest du es macht Laune schreiben müssen. Aber jetzt weiß ich ja was meins. Ja, das finde ich auch. Macht sehr viel Laune. Weißt du wo man ätherisches Öl herbekommt? Ich brauche da irgendwie nichts. Ätherisches Öl brauche ich. Alles gut. Mit Stress. Ja. 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 Das wird helfen. Das sollte reichen. Was? Hm. 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 Wir müssen zu diesem Ort. Nein, lieber nicht. Das ist unser Kemono. Das ist oben, ne? Oh, da ist er. Du kannst das nicht. Oh, da ist gut. Du kannst das sein. Oder es ist im Moment. Ich bin Nomine. Oh. Du kannst das nicht. Du kannst das nicht. Du kannst das nicht machen. Oh nein. Schlag. Was Du. Oh nein. Do nichts. Du kannst das nicht. Oh nein, aber nicht. Ich bin Nummer. Alter, der macht ja noch mehr Schauen. Na klar. Auch nicht. Ach, der will Schaden, Alter. Ich glaube, der hat eine Feuerliste, glaube ich. Boom! Weg! Haben wir da gebaut? Du, das ist dein Ende. Du, das ist dein Ende. Du, das ist dein Ende. Warum? Vielleicht aber jemand will. Und geh weg, geh weg. Gut gemacht. Bau abgeschlossen. Ich habe dir das gefallen. Oh, Mann. Oh. 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 Der Fall ist schon geil. Aber auch schwer. Von mir. Oh, ja, er hat... einfachste Geistes spielen. Memoria, das heißt, wild arts. ein loch ausgerissen oder eines tod wieso sieht das keiner na thomas du dich auch noch wie war dein tag was hast du getan das ist getrieben äh wo ist der hin der ist unten oder ne der ist da das ist gut wir waren mit den farben unterwegs auch schon im garten ok habt ihr viele andere gesehen da warst du auch nicht im stream hab ich gebraucht hört sich gut an die natur kann heilsam sein auf jeden Fall boah lecker wo k habe er kackt falsch geboren Noch ein Loch rauskürzen. Ja mein, was? Ne, muss gleich mal ein Kummernbuch ausblicken. Ja, dann sagst du doch klar und deutlich und sagst, dass du sowas nicht gebrauchen kannst. Du musst halt reden mit ihm. Oder ruf ihn nicht an. Captain Nagata, ja. Das wollte ich halt. Genau, gut. Communication ist wichtig. Aber irgendwie rutscht man jetzt immer wieder. Ne, eigentlich nicht. Wenn man das nicht will, dann rutscht man auch nicht rein. Das ist meine Meinung nach. Alles besser glaube ich. Pony Wild Hearts heißt das. Ja, wie gesagt, musst du mit ihm reden. Oder gar nicht mit ihm reden. Du wirst schon eine Lösung finden. Aber komm, wir haben ihn gleich. Das ist verletzt. E, E, Q, E, E, Q. Oh. Let's go. Let's go. Oh. Oh, hey. So weit. Wie hat dir das gefallen? Mir bleibt nicht viel Zeit. Ich bin jetzt gestorben. Digga, warte mal auf mich. Kann ich mich mal heilen vielleicht? Okay, ist nicht erreichbar. Ich fand hier sehr gut. Bei mir ist alles gut, ja. Das Spiel bockt unheimlich. Ja. Ich hab schon für die Überstunden gestreamt. Ich hab noch eine Stunde. Jetzt hab ich wieder angekommen im Stream. Was ist mit der Abune? Sehr gut. Stark. Oh Mann, was hält der aus? Hält der viel aus. Kämpft an meiner Seite. Ich verdanke euch mein Leben. Ja. Wärst du dabei gewesen, hättest du selber selbst gesehen. Ja, fühlst du immer am besten bei mir. Kämpft an meiner Seite. Ich werde jetzt auf jeden Fall aufblühen, immer streamen. Und abends halt, wenn ich Lust hab noch zusätzlich. Versuch halt immer so, zwei Stunden eher aufzustehen vor der Arbeit und dann ein bisschen zu streamen. Warte, ich schick dir da mal ein Bild. Es ist verbundbar. Nach dem Boss. Dann kann ich es dir mal anschauen. Nein. Oh Gott, Gott sei Dank. Auch heute auf dem Pompolin mal Fußball versucht drauf zu spielen. Wie man packt. Oh ja. Das hat sich so gut geklappt. Ja, ist doch schön. Immer Spaß hat es. Komm, raum auf den Rücken. Raum auf den Rücken. Alter, hält so viel aus, ne? Oh Gott. Hey, was geht? Hallo Linus. Wild Hearts geht um bei dir. Aber anstrengend. Auf jeden Fall. Wie geht's gut? Wie heißt das Game? Wie hab ich gerade gesagt? Wild Hearts heißt das Game. Aber ich wiederhole mich sehr gerne. Noch mal. Noch ein bisschen Heilung da hinten. Der Boss hält so viel aus, ey. Oh, sorry. Kein Problem. Danke, Linus. Was haben die denn hier gebaut eigentlich? Was haben die denn vor? Das war's dir in Schuhe, ne? Ich hab's mir das vorhin. Oh, komm. Wo ist der hinten? Da vorne ist er. Ich hoffe, meine Heilung reicht. Ansonsten. Wär's schlecht. Oh. Ups. Halt dran. Ich spiel Wild Hearts. Drauf. Oh nein. Weg, 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 weg. Komm nicht mehr weg. Komm nicht mehr weg. Komm, nein bin ich nicht. Scheiße. Da unbedingt noch Heilung. Da ist noch ein bisschen Heilung. Wie gefällt dir das? Gerne, Falter. Komm, nein, da ist schon gestorben. Komm, nein, da habt ihr nicht. Bau abgeschlossen. Runter. Komm mal runter hier. Komm, nein, da hat er auch eine coole Rüstung aus. Ansonsten. Ansonsten. Danke fürs Lagen. Leute. Ich schick dir kurz das Bild. Wo muss hin? Hm, 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 hm. Ja. Hallo? so lange wie lange hat es gedauert war stand da leute ich habe nicht aufgepasst die vielen minuten stand da bei dem man aufgepasst auch keine aufgepasst schade bin ich müde nope das war nur von heute ist ja es steht doch da war nur das war gut auf jeden fall aber es geht noch besser ätherisches öl fehlt mir schon wieder das gibt es ja nicht das ist so nervig wo kriege ich die scheiße her was ist das das nur eine fragezeichen das ist meine neue rüstung ich finde die voll geil ach das ist die da oder die haben die angehabt blutfehler ja gunda ich zog im wohnzimmer das ist sozusagen halt mein raum so mit heute willkommen selbst der dank fürs folgen bekommen guten namen mann gut aus ich auch schlechter da bleibt noch kein platz für ein eigenes zimmer mit einem eigenes gamingzimmer aber dann in der nächsten wohnung haben wir das fest vor nein das ist meine rüstung ein kosmetik ok weiter geht's unbedingt dieses scheiße öl ich gehe erstmal in die stadt feier dich mein bester wen meinst du also günther oder also f900 oder mich danke sehr nett von dir und durch die neuer und wird ja ganz rot so was aber übertreiben müsste auch noch stärker und schärfer kann ich euch sonst noch wenn wir wieder aufbauen wir erledigen das sofort sollte nicht lang ihr habt eine auf sieben tonnen gold ist immer teurer sonst wären wir nicht hier sonst wären wir nicht hier so ich gehe mal was verkaufen ihr erweckt solche lasst mich einen blick darauf werfen kann man bei der eigentlich was kaufen war denn kaufen ihr könnt euch gerne alles ganz genau ansehen bevor ihr euch entscheidet ne oder auf alles bitte und bestätigen ja das ist halt schade dass ich einfach ein interessiertes öl bekommen oh wir haben einige aufträger aufgeschossen wir haben 20 kreaturen in diesem gebiet nur dutchie bogen haben wir keine klinge dann katakuli wir haben uns katakuli ok dann geht es wohl wieder viel glückjäger ja danke ok ach man wer droppt denn das öl ist doch scheiße oder gasumi herzkugel das öl kann ich den machen jetzt eigentlich ne neun so mal den der wird aber hart der wird aber hart der wird schneller dann ganz gut so jetzt geht es Fertig. Äh? Was ist das? Hackepülze. Wir bekommen ja Essig raus, mehr nicht? Was bringt bitte Essig? Eingelegtes Gemüse habe ich hier bekommen. Das ist unsere Beute. Achso, Essig braucht man für eingelegtes Gemüse. Das sind glaube ich die Lieder in den Ess-Sachen, oder? Glaube ich schon. Vorbereitung abgeschlossen. Ein wenig Unterstützung. Oh, ich habe nichts gegessen. Ups. Geräusch ist ja eingelegter Reis. Cool. Was, habe ich Essig gefressen? Hehehe. E-E-Q, E-E-Q. Boom. Die Mauer ist gut, dass wir sie nicht abholen können? Nein. Ich baue keine Mauer. Ich baue da eine... Eine Harpune baue ich da. Alter, jetzt ist der überhaupt gekommen. Das ist eine Harpune. Man muss das kombinieren nur. Deswegen sieht es so aus am Anfang. Ich zeig's nochmal. So. Dann wird's so eine Harpune. Dann BÄM. Muss er da eine bestimmte Kombination mit Harpune? Ja. E-E-Q, E-E-Q muss ich da tippen. Da guck's, steht oben rechts auch dran. Hast du gesehen? Da oben rechts stehen die Harpunen. Äh, die Kombinationen. Kommt, da hat er eine Schwachstelle, ey. Da bleib ich mal kurz mit dem Jagdarm rein. BÄM. Fack. Gut, auf dem Handy ist das Older Kleiner, aber was gesehen? Hehehe. Also. Müsst du im Querformat schauen. Das ist größer. Kleiner Tipp. Es sei denn, du schaust schon auf, Kerl. Dann kann ich dir auch nicht mehr. Hehehe. Du musst am PC auf Dritt schauen. Ist aber gut. Na, oder? Hehehehe. Halter, auch nicht runter. Aber. Geh. die rüstung finde ich richtig geil wir sind samurai geht wieder der samurai ich hab keine kohle fehlen mehr wird scheiße gebohrt es scheint wirklich zu sein ja 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 Der Schwanz muss weg. Hä, was brauche ich denn da einfach, wenn ich packe, packe. Doch CCC oder nicht? Ich glaube schon. Bitte helfen sie mir. Beutel erleben. Steht wieder auf. Ich danke euch. Schaden angerichtet. Alter, was macht ihr denn da? Was trägt denn du nicht? Das scheint wirklich gut zu sein. Oh ja. Alles aufgeteilt von dem. Das Wildharts, jo. 3, das Wildharts. Hast du nicht schon mal gefragt? Hast du heute Frühstück da glaube ich, oder? Ich stecke in Schwierigkeiten. Dein Ende ist gekommen. Vorbereitung abgeschlossen. Jetzt fängt der Spaß erst an. Steht wieder auf. Hab mich gerettet. Ja, zu weit. Zu weit schon. Haltst du die Performance? Meins. 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 Wackele sich bei mir. Kein Dom, Susanne. Feinde. Oh ja. Es ist eingefuhrt. Nice. Ja der hält. viel aus da war es sechs sterne es gibt es noch klasse monster die noch mehr aushalten und öl kein öl aber wer droppt denn öl es ist echt cool das game aber es ist an day one gespielt sehr gut an day one dann nie wieder oder's ne ich find's auch gut der loot besteht nur aus zutaten resten nur kraften was meinst du mit rest so kriegst halt materialien von den monstern und aus den materialien kannst du waffen bauen oder rüstungen genau also das meinst ja ich bin da ich weiß was kraften bedeutet du musst halt dann zur schmiede oder in die stadt wo ist denn die schmiede ich habe hier keine ich kann eine bauen und dann kannst du schmieden ich probiere jetzt mal bogen aus kommen was soll es aber das ist der gleiche weg wieder oder zack zack bin ich verwirrt man schwein schwein amaterasu okay und die sachen sehen auch anders aus guck wenn du zum beispiel diesmal umgehst sieht der bogen so aus wenn man diesmal umgehst sieht er so aus und so und so das aussehen ändert sich auch weil das ist schon geil aber mit dem bogen bin ich noch nicht zurecht gekommen die dann geiselblattbart brauche ich ein ätherisches öl kriege ich irgendwie nicht die dann geiselblattbart freue mich schon drauf ja das glaube ich dir die dann geiselblattbart vielleicht ein niedriger oh das passt doch zwei mal zehn an ist das zehn an geisel ja zehn geiselblattbart warte kurz dann muss ich ein level 5 erjagen ja dann macht es auch schon was dann macht es euch noch schön bis die tage alles klar oder vielen dank fürs leiden was haltet ihr davon wo bin ich habe nicht echt geile sachen raus wenn man die sachen fermentiert ich glaube wir testen den bogen auf heute das wird geil und zuerst erstmal kraften ähm materialen sammeln ja ee und 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 Das kann losgehen. Das kann losgehen. Jetzt fängt der Spaß erst an. Und nun mal. Bau abgeschlossen. Bäm. Wo ist halt ein volles Loch drin im Arm. Hier passt die Leute schon. Oh. Oh. Das kann losgehen. war das schon ab dann bist du Oh, oh, oh. Wir haben Badmitte aufgeschlagen. Verzeih. Der ist ein Geiselbad. Aber die ist anders, oder? Der ist ein Geiselbad. Oh, I think fish. Okay. Ich habe keinen Pischen an. Ich glaube. Vorbereitung abgeschlossen. Jetzt fängt der Spaß erst an. Das kann losgehen. Das kann losgehen. War gut. War gut. Vorbereitung abgeschlossen. Ich gehe nochmal ran. Jetzt. Ich gehe nochmal ran. Kommt. Oh, 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 oh. Das war's. 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 Ich bin ein echter Glückspilz. Endlich begegne ich einem Jäger. Ahahaha. Hehehehe. Die Pokelchen wird viel. Aber alleine geh ich nicht. Das war's. Ihr habt diesen, die, wenn ihr, ich, so, und, seht euch nur das Wetter heute an. Perfekt für eine Jagd. Ihr wollt wissen, was noch zu tun ist? Hier ist die Liste. Komm ich vielleicht von dem Öl? Auch nicht. Also gut, haltet mich auf dem Laufenden. Na, droppen das nur die Vierer. Hier keine Vierer, oder? Ne, gibt's nicht. Nein, ist das nur die Vierer. Ja. Ja. Das war's für heute. 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 Zum Beispiel, ich gucke jetzt mal in meinen RAM, wie viel ich hab. Also ich hab, ich brauch grad 30 GB RAM. Also man braucht schon viel, weißt. Aber ich streamen ja auch gleichzeitig auf Virtual und TikTok. Das ist dann nochmal was anderes. Vom RAM her reicht das auf jeden Fall. Prozessor her auch. Prozessor her auch. Das war's für heute. 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 Du ami beindruckt. Das war's für heute. Du weißt, wie's rauskriegst. Ich hoffe ich nicht bekommen. Warte mal, da liegt was. Aber nicht das was ich brauche. Naja. So kriege ich keinen Bart von denen, die Tracks nicht. Oh Gott. Und da ist gar keiner drin. Drei doch. Sechs Sterne. Und da ist gar keiner drin. Was haltet ihr davon? Oh. 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 Let's don't skate. Oh. Sia ist bei getrennt. Oh. 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 Oh, oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. der ist der kam und vorbereiten abgeschlossen was erst an das kann losgehen es ist verwundbar mit so einem Blatt bitte es ist verletzt Bau abgeschlossen ein wenig Unterstützung ein Ende ist gekommen jawohl was habe ich abgeschüttet du bist vorne wenn sie ihn sehen oh geil Ruhm holen. Bau abgeschlossen. Jetzt klingt der Spaß erst an. Das kann losgehen. Ein wenig Unterstützung. Boom. Verschwinde. Du bist richtig. Das ist richtig. Oh, come on. Da ist aber jemand wütend. Vorbereitung abgeschlossen. Ein wenig unterstütze. Ich habe nicht genug Kader-Poly-Fäden. Scheiße. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Bau abgeschlossen. Ein wenig unterstütze. Dein Ende ist gekommen. Oh nein. Oh nein. Ja, verschwinde. Oh, okay. Oh, okay. Oh, komm. Nein, es frisst mich. Oh. 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 Sehr gut. Sehr gut. Öl bekommen. Geil. Endlich nach 5 Jahren. War nur noch 2. Also ich glaube das droppen nur die großen Kim und nur die 5 Sterne oder? Das kann schon sein. Ja. ich cheate danke Thomas was sagst du soll ich mit Gofim Knights wohnen oder lieber nicht dieses Spiel was ist mein dieses Spiel da hatte ich schon Bock ich guck erstmal das Timmerts in das Junge hat und loiz auf Gofim Knights heißt das Knights und das ist gerade im Angebot Oststatt 50 nur 20 und 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 ich bin doch ein deutscher so gut keine konkurrenz oder ja wie gesagt twitch ist so weit lang nicht gewonnen oh no hmm ja ich glaube ich muss sechs sterne kann ich dir jetzt jagen derzeit im besitz elf rausfangen sie um die sechs zu beenden ragusi hara was harugasomi schlüsselsteine muss man so komischen Namen machen wir machen sechs sterne monster let's go let's go let's go was haltet ihr davon ich habe ihn da gerade reingeschmissen und da kann ich so viel zutaten wie össig ist ich habe ich ich habe ich habe ich ich habe ich Wie weit bist du? Ich bin im Endgame, glaube ich nicht gerade. Also ich fahre Materialien. Hier war mein Kartaner und Bogen und so weiter. Und du? Oh, das ist 7 Sterne, das ist fähig. Oh. Das wird spannend. Ich gehe vorbei, aber du bist gut. Äbt Leben in einem Plan. Abgeschlossen. Ein wenig unterstürzt. Leben wir nun. Alter. Alter. Geil. Nehmen wir es. Y, Y, Y. Oh lol. Hat sich geändert, deswegen brauche ich die ganze Scheiße. Jaaa, in der Luft oder was. Nice SS zerstört Ich kann nicht mehr Bau abgeschlossen Ein wenig unterstürzen Das kann losgehen Das kann losgehen Bau abgeschlossen Was? Es ist zerstört Es ist unwichtig Da ist aber jemand Es ist zerstört Oh weg 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 Oh nicht weg Ich habe nur Sende begraut Das habe ich begraut Vorbereitung angeschlossen Wie hat dir das gefallen? Ich habe einen Fehler gemacht Alter Bau abgeschlossen Steht wieder auf Ich verdanke euch mein Leben Ich danke euch Das ist richtig cool Was? Was? Das kann losgehen Ein wenig unterstürzen Das ist zerstört Das wollte ich eigentlich Es scheint wirklich wütend zu sein. Bau abgeschlossen. Ich habe einen Fehler gemacht. Steht wieder auf. Ich verdanke euch mein Leben. Da oben hat er noch eine Schwachstelle. Ich sehe nichts mehr. Ach, nein. Ach, nein. Ich verstehe wieder auf. Ich danke euch. Ach, nein. Ja, du scheiß Ding. Da ist aber jemand wütend. Ich habe keine Ahnung mehr. Das kann losgehen. Dein Ende ist gekommen. Ich habe keine Ahnung mehr. 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 Ich habe keine Ahnung mehr.